Atlantis Exodus ist das neue Kennerspiel von DLP Games für ein bis vier Spieler, ungefähr 90 Minuten Spielzeit. Bei vier Spielern kann es auch ein bisschen drüber sein. Ich hatte das Exemplar angefragt als Rezensionsexemplar und sie waren so nett und haben mir ein Vorabexemplar zur Leihe gegeben. Das heißt, ja, ich habe das Ganze jetzt vor der Messe noch ganz kurz und kann euch einen kleinen Ersteindruck geben. Ich habe auch eine Regelerklärung aufgenommen und ja, ich möchte euch so ein bisschen Feedback geben, wie mein Ersteindruck ausfällt. Falls ihr dann zur Messe fahrt oder ja, wenn es dann erscheint jetzt als Herbstneuheit, könnt ihr dann selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit der Regelerklärung an, bevor wir dann zu meinem Ersteindruck kommen. Also auf den Tisch. Ich habe hier das Spiel einmal für zwei Spiele aufgebaut. Der Zwei-Spieler-Aufbau unterscheidet sich nur ganz leicht von dem Drei- oder Vier-Spieler-Aufbau. Da gehe ich dann nochmal explizit drauf ein. Wir haben in der Mitte hier das große Atlantis-Board mit dem Rondell hier in der Mitte. Dieses Rondell befüllt ihr mit den entsprechenden Siedlern, beziehungsweise ihr müsst vor der Partie einmal euren Sack befüllen mit der entsprechenden Anzahl an Siedlern für eure Spielerzahl. Und dann zieht ihr diese Siedler aus dem Sack und legt diese hier auf die offenen Plätze. Dann haben wir hier noch verschiedene Plättchen. Diese müsst ihr dann auch zufällig hier drauf bestücken und die jeweiligen Stapel der Plättchen, die dann übrig bleiben, gemischt, die legt ihr dann erstmal hier beiseite. Komme ich gleich nochmal zu, was für Plättchen wir hier haben. Dann haben wir im Zwei-Spieler-Spiel noch eine Besonderheit, dass wir hier die Könige der nicht spielenden Fraktionen, hier in diesem Fall grün und rot, auf diese beiden Felder mit den Gunstplättchen legen. Deswegen in der Anleitung steht tatsächlich, dass man sie auf die beiden Felder mit den Gunstplättchen legen soll. Es gibt aber hier auf der einen Ebene zwei Felder mit einem Gunstplättchen. So bin ich mir nicht ganz sicher, welches man bedecken muss. Ob man nun dieses mit den drei Flammen und diesem Gunstplättchen bedecken muss, mit den zwei Gunstplättchen und den zwei Flammen. Oder ja, das letzte Gunstplättchen hier gibt es noch zum Beispiel ein Gunstplättchen, was hier noch mit diesem Plättchen verbunden ist. Ja, ob man den dann da oder da hinstellt, das weiß ich nicht so genau. Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig erklärt. Ansonsten habt ihr noch hier außen Plätze für diese Monumente. Da legt ihr bei zwei Spielern nur drei zufällige Monumente offen aus. Bei drei oder vier Spielern müsst ihr die Leiste komplett voll machen. Wir haben hier den Jahresmarker, der startet auf dem Einserfeld und wir haben hier vier zufällige Katastrophen, die ihr erstmal hier verdeckt hinlegt. Dann haben wir eine Spielereihenfolge, die wir auslosen müssen am Anfang und dann stellt ihr eure Reihenfolgemarker hier dann jeweils der Reihenfolge nach auf diese Reihenfolgefelder. Hier auf die unteren Reihenfolgefelder erstmal. Jeder hat noch einen Marker, einen Punktemarker, der hier bei Null startet. Das heißt, ja, ich habe das hier für gelb und blau aufgebaut, wie ihr erkennen könnt. Dann haben wir noch die verschiedenen Plättchen, die ihr beiseite legt. Also wir haben hier ein Stapel Schiffsplättchen. Wir haben hier ein Stapel Werkstattplättchen. Wir haben ein Stapel Unterkünfte, von denen ihr drei aufdeckt in der Auslage. Und wir haben hier noch ein Stapel von Monumenten. Dann haben wir noch ein Stapel Wissenskarten. Wir haben natürlich ein paar Ressourcen, also die Bücher als Ressourcen habe ich hier mal in diese Schale gepackt. Und außerdem die Gunstmarker, die wir noch in den Vorrat legen. Und wir haben natürlich hier noch Gold, auch hier als allgemeinen Vorrat. Diese 100-Punkte-Plättchen, die braucht ihr nur, wenn ihr über 100 Punkte kommt, um euch zu merken, dass ihr über 100 Punkte seid. Dann habe ich hier die Säulenkarten. Davon, ja, die bestehen immer quasi aus drei Teilen. Aus dem Sockel, aus der Mitte und hier aus dieser Spitze. Hat einen speziellen Namen, den ich mir tatsächlich nie merken kann. Und dann legt ihr von jedem Stapel hier jeweils eine Karte offen an diese beiden Slots, sodass ihr hier zwei offene Säulen liegen habt und den Stapel von diesen geschlossenen Säulen. Dann haben wir hier noch Einflusskarten. Da legt ihr drei offen aus bei zwei Spielern, bei drei, vier, bei vier, fünf Karten. Das legt ihr bereit. Und dann bekommt natürlich noch jeder Spieler einen eigenen Aufbau. Wir haben, ja, hier ein Tableau. Wir bekommen als Startressourcen ein Buch, Wissensbücher von diesen drei unterschiedlichen Sorten, ein Gold und wir legen unseren König bereit. Dann könnt ihr natürlich noch diese Hilfskartenablauf eines Jahres und Wertungen bereitlegen. Dann habt ihr noch einen Meister hier auf dieser, ja, auf dieser Leiste, die man hier rumgehen kann. Auch da, der Einfachheit halber, weil ich es nicht aussprechen kann, nenne ich das mal die Apothekerleiste. Die hat aber einen ganz speziellen Namen. Komme ich im Fazit nochmal zu. Und ja, das müsst ihr einfach nur wissen, dass ihr hier auch quasi einen habt, der hier diese Leiste entlanglaufen kann. Und damit ist der Spielaufbau im Grunde genommen abgeschlossen. Und wir können dann einmal zum Ablauf des Spiels kommen. Der Ablauf des Spiels ist relativ einfach. Wir spielen über fünf Jahre, angezeigt durch diesen Jahresmarker. Und in jedem Jahr ist jeder Spieler quasi dreimal dran und kann innerhalb, ja, seines Drannseins unterschiedliche Anzahl von Zügen machen. Standardmäßig hat man immer zwei Züge, aber es gibt die Möglichkeit, durch diese Gunstmarker zusätzliche Züge zu haben. Es finden zwischen den einzelnen Jahren immer Siedlungswertungen statt. Und zwar immer nach der zweiten, nach der vierten und nach der fünften Runde, was diese Siedlungswertung macht. Es gibt halt ein bisschen Siegpunkte bei der Siedlungswertung. Da komme ich dann im Speziellen nochmal zu, wenn wir bei der Siedlungswertung sind. Aber ansonsten läuft es eigentlich immer so ab, dass wir, ja, wenn wir dran sind, schauen, dass wir unseren König irgendwo hinsetzen. Dann machen wir zwei Aktionen und dann ist eigentlich der nächste Spieler an der Reihe. Und da kommen wir jetzt mal ins Detail, wie denn das eigentlich abläuft. Bevor ein Jahr startet, müsst ihr noch einmal die Spielereihenfolge auswählen. Und zwar ist es so, dass ihr, ja, je nachdem, wie ihr jetzt hier am Anfang des Spiels steht oder auch am Anfang eines Jahres steht, euch hier einen Bonus aussuchen müsst und je nachdem, welchen Bonus ihr nehmt, nehmt seid ihr dann in der jeweiligen Runde der Startspieler oder halt nicht. Das heißt, ja, je weiter vorne ihr euch platziert, desto eher seid ihr Startspieler. Das heißt, würde Gelb sich jetzt hier auf die Flamme platzieren und sich den Bonus nehmen. Blau würde sich hier hinten auf diese Münze platzieren und würde sich den Bonus nehmen. Dann ist Gelb Startspieler. Wir setzen uns dann wieder runter und spielen dann das Jahr, das komplette Jahr über diese drei Züge jeweils oder über diese sechs Züge im Grunde genommen, ohne Bonusmarker, mit dieser angegebenen Spielereihenfolge. So, wie funktioniert das nun? Gelb hat hier seinen König in der Hand und im allerersten Zug setzen wir unseren König zunächst einmal auf dieses Rondell ein und zwar auf die höchste Ebene und da nehmen wir uns dann einfach den Bonus, je nachdem, wo wir unseren König hinsetzen. Ihr könnt euren König nicht dorthin setzen, wo schon jemand anders seinen König hingesetzt hat. Das heißt, ja, wir haben hier auf dem Bewerb der höchsten Ebene vier Felder zur Verfügung und ich kann mir als Startspieler quasi eins von diesen beiden Feldern aussuchen und setze meinen König da dahin. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier hingehen, da würde ich ein Buch bekommen und diese beiden Siedler hier. Das heißt, alle Figuren hier in diesem Spiel werden Siedler genannt, die eine unterschiedliche Profession haben. Also es gibt Wissenschaftler, Intellektuelle und Arbeiter und dann gibt es noch eine spezielle Bezeichnung für Siedler, die hier so zwischen zwei Feldern liegen, die nennen sich Wächter. Diese muss man nicht nehmen, diese kann man aber nehmen, sobald man eins von den Feldern nebenan besetzt. Aber ja, es sieht so aus, ich habe meinen Zug und ich kann meinen Siedler, meinen König hier draufstellen. Ich nehme mir die Ressourcen, ich nehme mir die beiden Siedler und stelle die hier oben je nach Farbe auf den entsprechenden Bereich auf meinem Tableau. Das heißt, ich habe jetzt einen Wissenschaftler und einen Intellektuellen. Und jetzt, nachdem ich mir den Bonus genommen habe, kann ich bis zu zwei Aktionen ausführen. Die gehe ich gleich nochmal, also auf die Aktionen gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber grundsätzlich läuft es so ab, ich mache jetzt meine zwei Aktionen oder ich setze tatsächlich noch einen Gunstmarker ein, den ich einfach ausgeben kann, um auch eine weitere Aktion zu machen. So funktionieren diese Gunstmarker, diese kleinen Mini-Leuchttürme. Die muss ich aber zur Verfügung haben und ja, die gebe ich dann aus und dann kann ich eine weitere Aktion machen. Und wenn ich dann fertig bin, ist der nächste Spieler an der Reihe. Das heißt, der blaue Spieler würde auch irgendwie sich irgendwo draufsetzen. Der würde sich hier eine Goldmünze schnappen und zwei Siedler aus dem Beutel einfach ziehen, die er dann auch bei sich hinstellt und dann auch wieder zwei Aktionen machen. Und dann ist der nächste Spieler wieder an der Reihe und so weiter, bis ich dann wieder an der Reihe bin. Jetzt sagen wir mal Gelb wieder an der Reihe. Und Gelb muss jetzt eine Stufe runter mit seinem König laufen und sich da wieder eine Aktion aussuchen. Jedes Feld, auf dem ihr steht, hat potenziell eine Verbindung zu vier weiteren Feldern. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr auf der nächsten Ebene keine Mauern mehr durchlauft und ihr könnt auch nicht wieder hochlaufen. Das heißt, wenn ich mit diesem König hier einen weiter runtergehe, kann ich entweder diese Aktion machen, dieses Feld benutzen. Oder was heißt Aktion? Diesen Bonus mir holen. Ich kann mir diesen Bonus holen. Ich könnte aber auch, weil ja sozusagen hier keine Mauer ist, ich könnte mir auch diesen Bonus holen oder diesen Bonus holen. Das heißt, ich habe immer vier angrenzende Felder, die ich von einem Feld der höheren Ebene erreichen kann. Ja, jetzt könnte ich zum Beispiel hier runtergehen. Ich hole mir, sagen wir mal, diesen Bonus hier. Dann hätte ich hier so einen Wächter angrenzend, den könnte ich nehmen. Das mache ich mal. Und ich würde hier noch drei von den braunen Büchern bekommen. Dann mache ich wieder meine drei Aktionen, meine zwei Aktionen, Entschuldigung. Und dann wäre wieder der nächste Spieler an der Reihe. Er hat jetzt quasi nur noch drei Felder zur Auswahl, weil ich mit Gelb ja hier dieses Feld besetze, obwohl er das normalerweise nehmen könnte. Das heißt, er könnte nur das hier, das hier oder das hier besetzen. Das machen wir wieder. Und das machen wir so lange, bis wir dann unten angekommen sind. Dann quasi den dritten Durchgang gespielt haben in der Runde. Wieder Aktionen gemacht haben. Und dann kommen wir in eine Aufräumphase. Dann beginnt quasi die Vorbereitung für die nächste Runde. Und dann startet wieder eine nächste Runde. Das machen wir fünf Runden lang. Zwischendurch machen wir noch Siedlungswertungen. Komme ich gleich nochmal zu. Und am Ende, nach der fünften Runde, gibt es dann noch eine Schlusswertung. Und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Dann komme ich einmal zu den einzelnen Aktionen, die wir durchführen können. Jedes Mal, nachdem wir den König gesetzt haben, können wir ja wie gesagt zwei Aktionen durchführen. Gegebenenfalls mehr Aktionen durch die Gunstmarker oder andere Effekte. Und ja, die gehen wir jetzt einmal durch. Das Erste, was ihr machen könnt, ist relativ simpel. Ihr könnt einen Schritt mit eurem Anbetungsmeister hier auf der Apothekerleiste vorgehen. Das bedeutet, ihr geht einfach zum nächsten Schritt. Wenn ihr den Bonus überschreitet, bekommt ihr diesen Bonus. Wir haben hier verschiedene Boni. Wir haben hier Bücher, die wir uns dann nehmen können. Wir können hier uns Wissenskarten nehmen. Ja, normalerweise, also hier ist leider die Rückseite der Wissenskarte abgebildet. Oder die Vorderseite und nicht die Rückseite. Es handelt sich um diese blauen Wissenskarten, weil diese auf der richtigen Seite genau so aussehen. Das Symbol hier ist ein bisschen verwirrend, weil es quasi nicht die richtige Seite zeigt. Ja, wir haben Gold, was wir uns nehmen können. Wir können uns Gunstmarker nehmen. Sobald wir hier über diese Monumente kommen oder über diese, das sind gar nicht, es sind keine Monumente. Das sind so Wertungsplättchen, die auch noch einen speziellen Namen haben. Dann können wir uns eins von diesen drei aussuchen. Diese Wertungsplättchen können wir, und das gilt für alle Plättchen im Grunde genommen, die wir im Laufe des Spiels bekommen, hier in unseren Siedlungsbereich legen. Da müssen wir auch keine bestimmte Reihenfolge einhalten, wo wir das hinlegen können, sondern wir können die einfach irgendwo hinlegen. Abgesehen davon, dass wir ja nur auf diesen komplett abgerundeten Feldern diese komplett abgerundeten Monumentplättchen legen dürfen hier, die hier zu sehen sind. Aber diese müssen wir dann quasi auf diese eckigen Felder legen. Und sobald wir hier was abdecken, bekommen wir natürlich auch wieder den Bonus. Dann haben wir hier, ja, was gibt es hier noch, Boni? Hier gibt es Punkte später, hier gibt es später noch mehr Punkte. Ja, und dann gibt es da hier nochmal solche Wertungsplättchen. Das heißt ja, diese Plättchen, die ihr hier auf dieser Apothekerleiste ergattern könnt, die helfen euch am Spielende Siegpunkte zu erlangen. Ich sehe gerade hier fehlen noch zwei Siedler, die würde ich hier nochmal zuenden. Das heißt, wenn diese Plättchen hier draufgelegt werden und da so ein freies Siedler-Symbol ist, müsst ihr natürlich da auch einen Siedler draufpacken. Genau, das ist die erste Aktion. Ihr könnt einfach mit eurem Apotheker, auf dieser Apothekerleiste genau einen Schritt als Aktion voranschreiten. Dann haben wir einen zweiten Schritt, eine zweite Aktion, und zwar das Siedler ausbilden. Es ist ja nun mal so, dass ihr im Laufe des Spiels, dadurch, dass ihr euren König hier einsetzt oder durch andere Effekte hier eure Siedler auf die Startfelder Wissenschaftler, Intellektuelle und Arbeiter stellt. Und nun ist es so, dass ihr mit einer Aktion diese einzelnen Wissenschaftler, Intellektuellen und Arbeiter ausbilden könnt in Physiker, Mathematiker, Gelehrte, Tagelöhner und so weiter. Das steht dann hier auf dem Board. Jeden, den ihr ausbilden wollt, kostet eine Aktion. Und dann schiebt ihr quasi den, ja, ich könnte den Wissenschaftler hier ausbilden, zu einem Physiker. Und das kostet mich dann die angegebene Anzahl von Büchern. Also hier ein lila Buch und ein helles, goldenes, gelbes Buch. Manche Ausbildungen kosten auch zusätzlich noch Gold. Und ja, so kann ich meine einzelnen Wissenschaftler, Intellektuellen und Arbeiter fortbilden, um dann verschiedene Boni zu erlangen in dem Moment, wo ich sie dann benutze. Das heißt, beim Ausbilden bekommt ihr noch nichts, aber später, wenn es dann quasi in die nächste Aktion geht, nämlich einen Siedler wegzuschicken, und darum geht es in diesem Spiel hauptsächlich, dann bekommt ihr unterschiedliche Boni, je nachdem, welche Profession dieser einzelne Siedler hatte. Das heißt, ja, eine Aktion, ein Siedler hier auf eine von den weiteren Feldern schieben. Und wichtig ist, ihr dürft hier die einzelnen Spalten nicht wechseln. Also ihr könnt immer nur entlang der Pfeile eure Leute ausbilden. Hier beim Tagelöhner seht ihr ja, vom Tagelöhner könnt ihr entweder aus einem Tagelöhner könnt ihr entweder einen Handwerker machen oder einen Bauer. Und ihr könnt auch nicht mehrere Stufen überspringen, sondern eine Aktion ist wirklich nur eine Stufe. Dann haben wir die Aktion Siedler wegschicken. Und das ist eigentlich so die wichtigste Aktion, die Hauptaktion. Es geht darum, dass ihr Siedler, egal ob das nun Wissenschaftler, Intellektuelle oder Arbeiter oder Steinmetze oder Erfinder oder Chemiker oder was auch immer sind, wegschickt. Ihr könnt diese Siedler auf unterschiedliche Plättchen schicken, auf unterschiedliche Orte schicken. Das Erste, was ihr machen könnt, das ist das Einfachste. Ihr könnt die Siedler in Unterkünfte schicken. Unterkünfte sind diese kleinen Plättchen, von denen immer drei ausliegen. Und ihr könnt einfach entscheiden, als Aktion irgendeinen Siedler, den ihr irgendwo habt, in eine Unterkunft zu schicken und dann ist es so, wenn ihr noch keine Unterkunft habt oder keinen Platz in einer Unterkunft habt, dann könnt ihr euch einfach eine Unterkunft aus der Auslage nehmen und diese hier auf euren Siedlungsbereich setzen. Wie gesagt, nicht auf diese runden Felder, sondern auf die anderen Felder. Bekommt natürlich den Bonus in dem Moment, wo ihr das abdeckt und ihr stellt den Siedler da drauf und bekommt dann hier den Bonus, den der jeweilige Siedler hier neben diesem Kompass, in diesem kleinen weißen Feld, in dieser Landkarte, ja, abgebildet hat oder was da abgebildet ist. Ja, das könnt ihr einfach machen. Also wenn ich jetzt einen Wissenschaftler wegschicke, bekomme ich einfach einen Siegpunkt, den ich mir dann hier auf der Siegpunktleiste abtrage. Würde ich einen Erfinder wegschicken, zum Beispiel in einer Unterkunft, würde ich direkt fünf Punkte bekommen. Hier bekomme ich beim Astronomen sogar zusätzlich noch eine Flamme. Und so hat jeder hier unterschiedliche Boni, die er bekommt. Also wir kriegen hier zum Beispiel, ja, was haben wir hier zum Beispiel beim Berater? Der hat noch eine Spezialfähigkeit. Der bekommt quasi einen Schiff. Wenn ihr ein Schiff bekommt, könnt ihr immer entweder eins aus der offenen Auslage nehmen. Am Anfang des Spiels haben wir keine offene Auslage. Oder ihr setzt, ihr nehmt zwei vom Stapel, sucht euch eins aus, legt es auf das am weitesten links freie Feld. Das, was ihr abdeckt, bekommt ihr auch an Siegpunkten, sofern das Symbol, was ihr hier auf eurem Schiff habt, nicht schon in eurer Schiffsflotte vorhanden ist. Das Schiff, für das ihr euch nicht entscheidet, das kommt in die offene Auslage und kann ab da quasi offen gezogen werden für andere Leute. Und auch dieses Schiff hier, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wie Siedler wegzuschicken, dieses Schiff kann Siedler beherbergen. Ihr könnt Siedler bei dieser Wegschicken-Aktion auch auf ein Schiff schicken. Da bekommt ihr dann, ja, quasi keinen Bonus, weil ihr nichts zusätzlich abdeckt. Würdet ihr aber auch nicht bekommen, wenn ihr eine Unterkunft belegt, die, ja, schon da ist. Ihr dürft euch auch keine weitere Unterkunft einfach nehmen, sondern ihr müsst die erst voll machen, bevor ihr eine weitere Unterkunft kauft oder nehmt. Und ihr müsst dann auch am Ende eures Zuges hier wieder eine dritte aufdecken. Ja, aber diese Schiffe bieten halt einfach Platz für eure Siedler. Und ihr würdet dann natürlich auch wieder diesen Wegschick-Bonus hier bekommen für eure Siedler. Das ist quasi der zweite Ort. Ihr könnt, ja, Siedler auf Schiffe schicken. Dann könnt ihr Siedler zu Werkstätten schicken. Es gibt Werkstätten. Hier haben wir zum Beispiel zwei Beispiele. Werkstätten, die einen bestimmten Siedler erfordern. Zum Beispiel diese Siedler, diese Werkstatt, wenn ihr die auf eurem Tableau habt, erfordert einen Tagelöhner, den ihr da drauf schicken müsst, um diese auch Werkstatt zu aktivieren. Das heißt, Werkstätten sind im Grunde genommen permanente Boni, die ihr habt, sobald diese aktiviert worden sind durch einen Siedler. Also ihr könnt hier einen Tagelöhner drauf schicken als Aktion. Oder es gibt auch Werkstätten, die hier zwei unterschiedliche, beliebige weiße und braune Arbeiter erfordern, um dann auch diese Werkstatt zu aktivieren. Also das ist zum Beispiel immer, wenn ich mir eine Werkstatt vom Rondell nehme, dann bekomme ich eine Goldmünze. Das gilt aber, wie gesagt, nur, wenn ihr hier auch Siedler draufstehen habt. Aber ja, ich könnte Siedler auch auf diese Werkstätten schicken. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Siedler wegzuschicken und zwar auf Säulenkarten. Aber auf die Säulenkarten würde ich gleich im Speziellen nochmal eingehen. Und es ist jetzt so, immer wenn ihr eine Werkstatt erhaltet, zum Beispiel, weil ihr die hier als Bonus von diesem Rondell nehmt und ihr habt den Siedler schon in eurem Vorrat hier, den erforderten Tagelöhner zum Beispiel, darf ich den Siedler da in dem Moment draufstellen, wo ich dieses Plättchen bekomme. Aber ihr müsst, wie gesagt, den Siedler schon haben. Das gilt auch für die Aktivierung von Säulen. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Also ja, wenn ihr Säulenkarten nehmt und Siedler benötigt und ihr habt ihn schon, kostet das keine weitere Aktion. Das heißt, man möchte eigentlich immer Werkstätten und Säulenkarten nehmen von Siedlern, die man schon in seinem Vorrat hat. Dann haben wir noch eine weitere Aktion und das ist die Wissenskarten-Aktion. Und zwar könnt ihr eine Wissenskarte kaufen. Wissenskarten sind diese Karten mit den lilanen Siegeln. Für Wissenskarten braucht ihr immer Wissenschaftler unterschiedlicher Professionen, und zwar immer genau zwei. Die Symbole zeigen euch, welche Wissenschaftler gefordert sind. Das heißt, wenn ihr eine Wissenskarte hier nehmen möchtet und Wissenskarten bringen euch am Spielende Punkte für bestimmte Bedingungen, die ihr erfüllt habt, dann müsst ihr diese beiden Physiker oder Chemiker oder Finder oder was auch immer hier gefordert ist, haben. Ihr nehmt euch die Wissenskarte, legt die einfach neben euer Tableau und entsendet dann diese beiden Wissenschaftler, die da gefordert sind, irgendwo in euren Siedlungsbereich. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ja, die werden wahrscheinlich einfach in einer Unterkunft verschwinden, denn auf Werkstätten können lilane Siedler nie stehen. Und ansonsten habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, im Siedlungsbereich hier die Wissenschaftler auf Unterkünfte zu stellen. Und natürlich bekommt ihr dann auch wieder beim Wegschicken die Wegschicken-Boni der einzelnen Wissenschaftler, die ihr da weggeschickt habt. Die Karten werden nicht wieder aufgefüllt. Das wird erst am Rundenende passieren. Zwischen den Runden bleibt das dann aber so von der Anzahl der Karten. Und die letzte Aktion, die ihr machen könnt, ihr könnt einfach eine Einflusskarte ausspielen, sofern ihr denn Einflusskarten auf der Hand habt. Einflusskarten bekommt ihr hauptsächlich hier auf dieser Apothekerleiste. Ja, wenn ihr eine bekommt, behaltet ihr die einfach auf der Hand, bis ihr sie als Aktion ausspielt. Da gibt es die unterschiedlichsten Arten von Karten. Es gibt Punktekarten, es gibt Karten, wo ihr neue Wissenskarten kaufen könnt. Ihr könnt Siedler durch Karten erhalten, ihr könnt Werkstätten erhalten, Gunstmarker. Also das sind einfach, ja, teilweise sehr starke Boni, die ihr durch diese Wissenskarten erlangt. Das ist dann aber einfach auch eine Einflusskarten, Entschuldigung, die ihr durch die Einflusskarten erlangt. Das ist dann aber auch eine, ja, eine Aktion, die ihr dafür opfern müsst, diese Karte auszuspielen. Schauen wir noch einmal ganz kurz zu den Gunstmarkern. Bei den Gunstmarkern ist es so, dass ihr, ja, wenn ihr Gunstmarker erhaltet, diese, anders als alle anderen Ressourcen, hier oben oder hier unten auf eurem Tableau lagern müsst. Und ihr könnt aber nur eine bestimmte Anzahl von Gunstmarkern lagern, nämlich maximal vier. Und auch die anderen drei Plätze sind hier an Bedingungen geknüpft. Das heißt, ihr müsst eine bestimmte Anzahl von Plättchen hier unten in eurem Siedlungsbereich haben, um diese Slots freizuschalten. Wenn ihr Gunstmarker bekommt und ihr könnt die aber noch nicht platzieren oder lagern, dann verfallen die leider. Dann kommen wir einmal zu den Säulenkarten. Ihr bekommt durch unterschiedliche, ja, Möglichkeiten hier Säulenkarten. Hauptsächlich sind das diese Boni, die auf diesem Feld hier zu sehen sind. Hier bekommt ihr eine Säulenkarte, ja, aus der Schlangenspalte. Hier bekommt ihr eine Säulenkarte aus der Eulenspalte. Außerdem bietet der Steinmetz die Möglichkeit, eine beliebige Säulenkarte zu nehmen. Und nun ist es so, Säulen werden immer von unten nach oben gebaut und ihr könnt maximal gleichzeitig an drei Säulen bauen. Hier liegen immer zwei Stapel von Säulenkarten aus. Jede Runde kommt auf jeden Stapel eine neue Karte hinzu und, ja, verdeckt die alten. Wenn man die dann aber verkauft, dann werden die wieder offen. Und so habt ihr quasi so eine dynamische Auslage an Säulen. Und wenn ihr eine Säule nehmt, dann könnt ihr entweder, ja, eine neue Säule, außer ihr habt schon drei Anfang, das legt ihr einfach unter euer Tableau. Diese Säulenkarten haben immer auf der linken Seite einen Sofortbonus, den ihr bekommt, hier mit einem Oder-Strich verbunden. Und auf der rechten Seite haben sie einen dauerhaften Bonus, den ihr, ja, einmal pro Runde aktivieren könnt. Und zwar einmal pro Runde meine ich mit einmal pro diese Doppelzug, also einmal pro König platzieren bzw. König bewegen. Im Grunde genommen, ja, dann ziemlich häufig. Und es ist so, dass diese untere Säulenkarte, die ist quasi in dem Moment, wo ihr die gebaut habt bei euch, ist die aktiv. Da könnt ihr die nutzen. Bei den oberen beiden Säulenkarten, also wenn ihr Säulenkarten da drauf oder Säulenkarten hier drüber legt, dann müsst ihr die erst aktivieren bzw. ihr müsst die erst fertig bauen. Und das macht ihr, indem ihr den entsprechend geforderten Intellektuellen hier auf diese Säulenkarte entsendet und natürlich auch wieder den Bonus bekommt. Das heißt, ja, bei dieser Säulenkarte hier kriege ich, wenn ich die nehme, sofort zwei Siegpunkte. Und sobald ich dann einen Gelehrten hier entsendet habe, darf ich einmal pro Runde einen Schritt auf der Apothekerleiste gehen. Und es ist so, dass wenn ihr drei Säulen oder sagen wir mal schon einfach nur zwei Säulen hier bei euch habt, dann könnt ihr jede Runde, also jedes Mal, wenn ihr eure zwei Züge habt, genau eine Karte einer Säule aktivieren. Also ich könnte mir aussuchen, jedes Mal, wenn ich dran bin, sozusagen, eine von den beiden Karten hier zu aktivieren und diese Karte zu aktivieren. Teilweise sind das so Tauschaktionen, teilweise sind das halt Schritte oder einfach Punkte. Und das gilt auch für die, für die Oberste. Also habt ihr eine komplette Säule, dann ist die auch natürlich erst aktiv, wenn ihr da jemanden drauf entsendet habt. Und dann könnt ihr auch in jedem Zug oder in jeder Runde, so ein bisschen verwirrend hier mit diesem, weil man quasi in einem Jahr mehrere Runden hat und in jedem, in jeder Runde noch mehrere Züge, könnt ihr, ja, auch wieder euch eine Karte pro Säule aussuchen, die ihr dann regelmäßig aktiviert. Und das ist eine ziemlich coole Sache und die scheint auch wirklich ziemlich stark und wichtig zu sein, diese Säulen. Grundsätzlich gilt, wenn ihr aus der Auslage irgendwas nehmen müsst, seien es Schiffe, seien es Werkstätten, weil ihr die durch Boni bekommt oder seien es diese Agora-Plättchen hier, diese anderen, dann könnt ihr immer eins aus der offenen Auslage nehmen, sofern eine offene Auslage vorhanden ist. Oder ihr nehmt immer zwei, sucht euch eins aus und legt das Restliche in die offene Auslage. Für die Unterkünfte gilt das nicht. Da müsst ihr immer eins aus der offenen Auslage nehmen und das danach auffüllen. Das nur ein kleines Detail am Ratsch. Dann kommen wir einmal zur Siedlungswertung. Ich hatte ja schon gesagt, nach der zweiten, nach der vierten und nach der fünften Runde bekommen wir eine Siedlungswertung. Auch je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, bekommt ihr da unterschiedlich viele Punkte. Bei zwei Spielern ist es so, dass man, wenn man die Siedlungswertung gewinnt, fünf Punkte bekommt. Wenn man bei zu dritt oder zu viert Spielern spielt, dann bekommt man eine bestimmte Anzahl von Punkten für jeden Spieler, den man in dieser Siedlungswertung schlägt. Im Zweispielerspiel ist es natürlich immer nur ein Spieler, deswegen sind es immer fünf Punkte. Und ja, bei drei oder vier Spielern kann das aber variieren. Was ist nun die Siedlungswertung? Es ist relativ einfach. In der Siedlungswertung nach der Runde zwei werten wir hier Römisch 1, dann Römisch 2 und Römisch 3 nach der fünften Siedlungswertung. Und dabei geht es um diese Siedlungsbereiche Nordafrika, Mesopotamien und Mesoamerika. Und nun zählt ihr einfach die Anzahl eurer Siedler, die ihr in der jeweiligen Zeile habt. Und ja, wer da die meisten Siedler hat, der hat die Siedlungswertung gewonnen. Zusätzlich müsst ihr allerdings in jeder Siedlungswertung auch immer noch eure Siedler auf den Schiffen dazu zählen. Diese zählen nämlich für jede Siedlungswertung. Siedler auf Säulen zählen bei der Siedlungswertung. Bevor ihr mit dem nächsten Jahr startet, am Ende eine Runde, nachdem ihr quasi die Siedlungswertung durchgeführt habt oder nicht, je nachdem, ob eine Siedlungswertung anstand, müsst ihr noch einige Dinge vorbereiten für die nächste Runde. Zum einen müsst ihr auf jeden Fall den Startspieler wieder küren. Also ihr müsst, ja, je nachdem, wer hier jetzt vorne steht, euch wieder Boni aussuchen und dann eine neue Startreihenfolge für das komplette nächste Jahr bestimmen. So wie ihr das auch schon vor der ersten Runde gemacht habt. Dann müsst ihr den Jahresmarker weiterschieben. Im Grunde genommen ist das völlig egal, in welchen Reihenfolgen ihr das hier macht. Ihr müsst aber den Jahresmarker weiterschieben. Da deckt ihr dann quasi dieses Katastrophenplättchen auf, was eigentlich nur anzeigt, wie ihr diese Scheiben drehen müsst. Hier wird jetzt angezeigt, okay, diese erste Scheibe, die wird einmal gedreht, also die große Scheibe, und die kleine Scheibe wird zweimal gedreht, wobei sich, wenn man die große Scheibe dreht, die kleine immer mitdreht. Ihr müsst immer im Uhrzeigersinn hier drehen. Das heißt, ja, ihr dreht immer bis quasi so häufig, bis die Zahnräder wieder aneinander sind. Also hier, wenn ich das einmal drehe, dann drehe ich das so weit, dass das Zahnrad hier wieder übereinstimmt und die kleine Scheibe müsste ich dann zweimal drehen, im Uhrzeigersinn. Ja, so verändert ihr quasi dann für die nächste Runde, wie diese ganzen Felder hier aneinander grenzen. Wenn ihr zu zweit spielt, müsst ihr außerdem die beiden neutralen Könige hier weiterschieben, und zwar auch genauso oft, wie hier auf diesen Scheiben zu sehen ist. Die große Scheibe gilt dann als mittlere Scheibe. Das heißt, den müsste ich einen Schritt im Uhrzeigersinn weit setzen und den hier zwei Schritte. Ja, damit die neuen Felder besetzt werden, das im Drei- und Vierspielerspiel aber nicht nötig. Dann müsst ihr ein bisschen aufräumen. Ihr müsst einmal schauen bei den Karten. Ihr müsst einmal hier bei diesen, bei diesen lilanen Karten hier, müsst ihr schauen, ob im letzten Slot noch eine Karte liegt. Diese Karte müsst ihr dann abwerfen. Ihr rückt alles nach und dann müsst ihr weitere Karten hier auffüllen, sodass hier wieder drei neue Karten oder so viele, wie ihr braucht, zu sehen sind. Dann müsst ihr von den Säulenkarten jeweils eine auf den entsprechenden Stapel legen. Also hier legt ihr quasi dann in Summe sechs neue Karten hin. In den späteren Runden kann es aber sein, dass die, oder ist es auf jeden Fall so, dass der oberste Stapel aufgebraucht ist. Das ist aber auch in Ordnung. Das heißt, die werden nur bis zu einer gewissen Runde refreshed. Bei den anderen Stapeln geht das komplett auf. Dann müsst ihr einmal die Siedler hier refreshen. Das heißt, überall, wo hier ein Siedler zu sehen ist, ein offener quasi, da müsst ihr wieder einen neuen Siedler drauflegen. Und ja, die anderen Siedler hier, die hier noch liegen, die bleiben definitiv da. Und dann legt ihr alle Plättchen, die auf dem Rondell noch liegen, in die jeweilige Auslage der Plättchen. Die kommen hier auch an die Auslage mit den Siedlern tatsächlich drauf. Genau, und dann müsst ihr quasi alle Plättchen wieder neu befüllen, alle Plättchenplätze, sodass ihr dann wieder ein komplett gefülltes Rondell habt. Natürlich nehmt ihr auch eure Könige von Bord, damit ihr die quasi am Anfang des Jahres wieder neu einsetzen könnt. Und dann seid ihr auch schon bereit für die nächste Runde. Dann kommen wir noch zur Schlusswertung. In der Schlusswertung bekommt ihr noch Minuspunkte oder Pluspunkte am Ende des Spiels, also nach der fünften Runde. Da zählt ihr nochmal alle eure Siedler zusammen, die hier oben noch in euren Startfeldern stehen. Diese geben pro Siedler minus drei Punkte. Das heißt, ihr wollt am Ende des Spiels möglichst niemanden hier oben mehr stehen haben. Dann bekommt ihr noch zwei Punkte für jede vollständige Reihe, die ihr hier mit Plättchen belegt habt. Und dann bekommt ihr noch einen Punkt für jede vollständige Spalte, die ihr noch mit Plättchen belegt habt. Dann bekommt ihr noch natürlich Punkte für eure, ja, Punkteplättchen, die ihr hier in eurem Siedlungsbereich gelegt habt. Und je nachdem, wie gut ihr die Bedingungen erfüllt habt. Ihr bekommt noch Punkte für diese Wissenskarten, die ihr im Laufe des Spiels gesammelt habt. Und ihr bekommt noch Punkte für jede Einflusskarte, ja, die ihr nicht benutzt habt während des Spiels, weil sie vielleicht irgendwie eine Aktion gefordert hat und euch irgendwie nichts gebracht hat oder gebracht hätte. Dann könnt ihr die auch einfach nicht einsetzen. Dafür bekommt ihr dann jeweils einen Punkt. Wer am Ende dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Das war es mit der Regelerklärung zu Atlantis Exodus. Falls ihr das Spiel schon auf dem Tisch habt oder gleich aufbauen werdet, viel Spaß bei eurer ersten Partie. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie mir das Spiel gefallen hat. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich ein sehr früher Ersteindruck. Ich habe genau eine Partie gespielt. Die Zeit ist tatsächlich relativ knapp hier, jetzt kurz vor der Messe. Und ja, das Releihexemplar habe ich leider auch ein bisschen später bekommen, als ich es erhofft hatte. Deswegen, ja, habe ich eine Partie gespielt. Und ich glaube, ein bisschen zu wissen, ja, wie mir das Spiel gefällt. Und das, ja, kann euch, glaube ich, so ein bisschen wiedergeben, woran ihr seid. Aber ich werde dann definitiv nach der Messe, wenn ich es ein paar Mal öfter gespielt habe, dann auch mit anderen Spieleranzahlen, dann in einem gespielt Video auf jeden Fall nochmal von berichten. Und falls es dann anders ausfällt, das Fazit, ja, dann werdet ihr das definitiv mitbekommen, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Ja, ich möchte euch auf jeden Fall einmal erzählen, wie mir das Spiel denn gefallen hat, wie mir die Partie gefallen hat. Es ist so, ich würde sagen, das Spiel ist so ein bisschen einzuordnen in die Kategorie Easy to Learn, Hard to Master. So kam es mir auf jeden Fall vor. Die Anleitung habe ich mir reingezogen. Die ist relativ kurz. Das sind, glaube ich, nur vier, fünf Seiten. Relativ gut geschrieben, relativ übersichtlich geschrieben. Ich kam relativ gut damit klar. Und dann habe ich das gespielt und dachte, wow, okay, ich glaube, ich habe noch nicht ganz begriffen, wie diese ganzen Zahnräder ineinander greifen. Ich habe noch nicht ganz begriffen, wie ich das hier am besten optimiere, was gut ist, was nicht so gut ist, in welcher Reihenfolge man Dinge tun sollte. Natürlich haben wir nach der Partie ein bisschen drüber gesprochen und ja, so ein paar Aha-Effekte auch gehabt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ansatzweise das herausgeholt habe, was man hier aus diesem Spiel herausholen kann. Sowohl Engine-mäßig, sowohl Punktemäßig, also insgesamt von der Optimierung. Ich glaube, da ist noch sehr viel Optimierungspotenzial. Und das ist so ein richtig schönes Optimierungsspiel, muss man sagen. Das ist so auf jeden Fall mein erster Eindruck. Die Regeln sind wirklich einfach. Klar, die Regelerklärung wirkt manchmal ein bisschen hölzern, hatte ich auch so das Gefühl beim Erklären. Aber das liegt auch teilweise daran, dass es ein paar Sachen gibt, die jetzt nicht so ganz eingängig sind, nicht so ganz super klar sind. Hier hätte man vielleicht ikonografiemäßig ein bisschen noch unterstützen können, aber es fängt dann irgendwie damit an. Das sind aber auch nur wirklich kleine Abzüge in der B-Note, die ich hier gebe mit den einzelnen Plättchen. Manche Plättchen darf man vom verdeckten Stapel nehmen und sich dann eins aussuchen. Bei den Unterkünften darfst du das aber nicht. Da muss man welche nehmen, die schon in der Auslage sind. Bei den Säulenkarten muss man dann auch irgendwie, gibt es Säulenkarten, die muss man noch aktivieren. Es gibt Säulenkarten, die muss man nicht aktivieren. Das sind so Kleinigkeiten, auch mit den Schiffen, dass ich dann nur Punkte kriege, wenn ich unterschiedliche Symbole habe. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die man irgendwie auf dem Zettel haben muss, während man das spielt. Es sind aber alles Sachen, die mechanisch und spieltechnisch total Sinn machen. Deswegen sind das für mich vielleicht kleine Abzüge in der B-Note. Genauso wie zum Beispiel, ja, man hat zwei Aktionen, aber es gibt nichts zum Tracken, wie viele Aktionen ich jetzt gemacht habe. Ich kenne das halt vielleicht auch aus anderen Spielen, wo man dann gleich zwei kleine Würfel hat, bei denen man dann ja seine Aktionen wirklich tracken kann. Vor allen Dingen, weil man ja hier auch noch die Möglichkeit hat, mehr Aktionen oder Sonderaktionen zu machen. Da kommt man dann manchmal ein bisschen durcheinander. Wir waren auf jeden Fall dann manchmal an dem Punkt, wo wir sagen, ah, habe ich jetzt schon eine Aktion gemacht? War das jetzt schon eine Aktion? Ah, ich weiß nicht so genau. Das könnte man ein bisschen verhindern, wenn man ja vielleicht so kleine Würfel zum Tracken hätte. Ansonsten Spielmaterial und Artwork und so gefällt mir alles wirklich sehr gut, muss ich sagen. Dieses Rondell, das sieht toll aus mit Atlantis. Die kleinen Figuren hier, den Rundenmarker, den Jahresmarker, das sieht auch top aus. Wir haben diese kleinen Miepel. Wir haben, sagt, wir haben schöne Playerboards. Das ist alles schön gestaltet. Ich finde, die Ikonografie von den Sachen ist auch sehr eindeutig. Da kann man einfach nicht meckern. Das ist top, muss ich sagen. Das macht auch Spaß anzugucken. Das macht Spaß, damit zu spielen. Das haptisch anzufassen, das auf dem Tisch zu haben. Es hat eine schöne Tischpräsenz. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und dann das Spielerische. Es ist einfach im Grunde genommen dann auch ein Ressourcen-Management-Spiel. Wir haben die Ressourcen Bücher und wir haben die Ressourcen Gold. Das Gold könnte auch noch ein viertes Buch darstellen. Es gibt im Grunde genommen keinen Unterschied, warum das jetzt nicht ein Buch sein sollte, weil man es für eigentlich die gleichen Sachen ausgibt. Und ja, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Aber ja, vielleicht ist Gold auch einfach ein bisschen schöner zu haben. Und dann kommt es einfach darauf an oder es läuft dann darauf hinaus, dass wir unsere kleinen Siedler ausbilden wollen. Wir wollen diese auf die unterschiedlichen Stufen ausbilden und dann wollen wir sie im richtigen Moment auf die unterschiedlichen Flächen legen oder entsenden, wie man bei dem Spiel ja sagt. Und ja, ob wir dann nun die Siedlungswertung gewinnen oder nicht. Ja, da muss man dann schauen, ob sich der Aufwand lohnt, welche von diesen Punktekarten man noch zieht. Und dann geht es einfach darum, ja, mit den Siedlern, die man dann an die verschiedenen Orte schickt, möglichst, ja, sein Spiel so optimal aufzubauen, dass man am Ende die meisten Siegpunkte hat. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, wobei das natürlich auch daran liegt, dass das nur eine Partie war und es gibt ja genug Mechanismen, ist, was das Engine-Building angeht. Also wir haben Möglichkeiten zum Engine-Building. Wir haben die Säulen, die sind quasi eine kleine Engine, die wir uns aufbauen können, weil das alles Aktionen sind, die wir immer noch zusätzlich triggern können oder zusätzliche, ja, Boni uns liefern können. Wir haben die Werkstätten, die ja auch im Grunde genommen wie eine kleine Engine funktionieren. Da kriegen wir auch immer Boni. Aber, ja, nach meiner ersten Partie hatte ich nicht das Gefühl, dass das tatsächlich alles viel stärker wird, dass ich dann wirklich was aufbaue. Das liegt aber, ja, in der Natur der Sache. Das muss kann man halt, also das kann man kritisieren, muss man aber tatsächlich auch gar nicht, weil es vielleicht wild ist, das Spiel auch gar nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, so ein bisschen Engine aufzubauen. Nur in unserer ersten Partie war es dann tatsächlich nicht so stark, wie ich es mir erhofft hatte. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Ja, und ansonsten gibt es echt viele Möglichkeiten, hier Punkte zu erlangen. Also wir haben während des Spiels die eine oder andere Möglichkeit, durch das Entsenden Punkte zu erlangen, durch die Schiffe. Wir haben aber auch am Ende des Spiels wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, Punkte zu erlangen, durch diese Karten, durch die einzelnen Plättchen, die wir noch in unseren Siedlungsbereich legen können. Es gibt Minuspunkte, da muss man auch aufpassen. Also ja, es hat wirklich eine ziemlich große Bandbreite, wie ich das so angehen kann. Aber ja, um das richtig zu optimieren, um richtig viele Punkte rauszuholen, da kann ich euch dann noch nicht so ganz genau sagen, ja, ob es dann quasi eine Einbahnstraße wird oder ob es da auch sehr viele Möglichkeiten gibt. Soweit bin ich dann nach einer Partie. Ja, alles in allem auf jeden Fall ein gelungenes Kennerspiel mit einem schönen Thema, mit einem einfachen Einstieg, mit richtig gutem Optimierpotenzial, mit ordentlichem Material, mit schönem Artwork. Also ich würde sagen, das ist definitiv eine gelungene Sache und es ist definitiv eins der geileren Spiele jetzt während der Messe und auch was so die Herbstneuheiten angeht. Da bin ich mir jetzt schon relativ sicher, denn nach der ersten Partie habe ich richtig Bock, es wieder zu spielen. Ich muss es jetzt leider weiterschicken, aber ich werde mir definitiv auf der Messe dann noch ein Exemplar holen oder vielleicht irgendwie danach oder ich spiele es dann auf jeden Fall mal in meinen Spielegruppen mit. Da freue ich mich definitiv drauf und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was das Spiel angeht. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Ersteindruck bekommen und könnt es jetzt ein bisschen besser einschätzen, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall hier ein Abo da auf dem Kanal. Macht die Glocke an, da verpasst ihr kein weiteres Video mehr, keine Herbstneuheit mehr, die ich hier vorstelle in den verschiedensten Formaten. Und ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier auf meinem Kanal noch ein weiteres Video schaut. Ich hatte hier zwei Vorschläge, die werden hier eingeblendet und ja, falls die beiden Videos irgendwie euch nicht interessieren, schaut einfach mal auf meinem Kanal. Ich habe diverse Brettspielvideos und Brettspiele werden bekanntlich ja auch nicht alt, also schaut auch gerne in die älteren Titel mal rein und da werdet ihr auf jeden Fall fündig und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Ciao, ciao!